Na gut, aber hab Geduld. Ja, ich hab die ganze Woche Interviews und Termine. Die quetschen den letzten Tropfen aus mir raus wie aus einer Ketchupflasche. Wir versuchen das jetzt seit 15 Minuten. Ich glaub nicht, dass da noch was kommt. Kein Problem. Ich mach gern weiter. Ich bin nur echt müde. Und wenn ich meinen Finger in dein Loch stecke? Das funktioniert nur, wenn ich kurz davor bin. Hey Brian, kannst du mein Stück lesen? Da hing noch ein Furz zwischen den Seiten. Ich hab mal Peters Frühstücksmargarine mit echter Butter vertauscht. War, war, äh, sie, ähm, äh, ich, glaub's nicht, ich glaub's nicht. Schmeckt wie Butter. Ich weiß nicht, Doktor. Wenn ich's mir überleg, war's vielleicht doch echte Butter. Ihr Mann hat drei Kinder ermordet. Nicht zu fassen, er ist für einen Preis nominiert. Was habt ihr zwei heut geleistet? Ich hab einen Knoten unter meinem rechten Ei gefunden. Das ist schon mal was. Ich hab drei Stück Apfelstrudel gegessen. Ihr seid gute Kinder. New York ist ein raues Pflaster, vor allem für Fremde. Hallo, New York! Hey. Wer sind Sie? Stewie bezahlt mich, damit ich ihm beim Schlafen zusehe. Und Sie? Ich bin Brian. Ich wohne hier. Oh. Darf ich das Skript mitnehmen? Ja, gern, wenn Sie wollen. Ich soll ihm hier nur beim Schlafen zusehen und mir dabei mit dem Messer übers Gesicht streichen. Oh. Okay. Wie viel zahlt er Ihnen? Vier acht die Woche. Leck mich fett. Ja. Weißt du, wie schwer es war, in dem Theater zu sitzen, neben all den Vollidioten, die über jeden Dreck lachen? Warst du nicht misstrauisch, als Chris und der Fettsack der Handlung folgen konnten? Ich mein, Peter hat ein Jahr gebraucht, um Stuart Little zu verstehen! Jetzt hab ich's kapiert. Stuart bedeutet Maus. Nein, Peter. Little bedeutet Maus? Nein, Peter. Ich komm mir so alt und nutzlos vor. Komm her, du Schwein! Wu, 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 wu. Du bist scheiße und dein Stück ist scheiße. Hier geht's gar nicht um mich, oder? Nein. Und es tut mir leid. Aber niemand darf es hier erfahren. Oh, du wirst es nicht bereuen. Die wichtigsten Köpfe von Broadway werden alle da sein. Autoren, Geldgeber, sogar Stanley Kowalski. Hi, ich bin Michael. Michael! Michael! Ähm, und das ist meine Frau Nancy. Nancy! Und das ist unser Freund aus Susbekistan, Boykia Wroichescu. Hi. Und es scheint eine recht erfolgreiche Party zu sein. Einige von ihnen haben schon selbst Mord begangen. Und es scheint eine ganz intelligente Reinhardmbhay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020